Nachdem ja gestern Nikolaus bei uns auf der roten Couch war, werfen wir heute nochmal einen Blick auf die aktuelle Marktlage und speziell auf Resenius. Herzlich willkommen auf Aktienlust TV. Zum Wochenschluss werfen wir heute nochmal einen Blick auf den aktuellen Markt, nachdem ja gestern der Nikolaus uns einige Weisheiten und Erkenntnisse mit auf den Weg gegeben hat. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, gerne nochmal einschalten. Ich denke, da ist sowohl was für Weihnachts-Nostalgiker als eben auch für Börsianer was dabei. Ja, heute der Markt wieder ein bisschen stabilisiert, nachdem es ja gestern und vorgestern kräftig bergab ging, kräftig in den Keller ging. Ja, gestern war ja zwischenzeitlich, hatten wir ja den Eindruck, als würde sich die Korrektur möglicherweise wirklich zu einem ganz schwarzen Tag ausweilen. Ehe dann zum Schluss doch wieder Käufer auf den Markt getreten sind. Also überall war die Rede vom Algo-Trading, dass die Maschinen hier schwer im Verkaufsmodus waren und die agieren nun mal völlig unabhängig von rationalen Überlegungen. Die greifen einfach auf die Muster zu, die ihnen einprogrammiert sind und dann kann es natürlich solche Tendenzen geben. Dabei, wie gesagt, was ist jetzt passiert? Natürlich die tolle Stimmung nach dem G20-Gipfel, das Aufatmen in Sachen Handelsstreit, was ja da kommuniziert wurde, das hat sich ja verflüchtigt, nachdem eben aus China und den USA doch widersprüchliche Stimmen dann gab, wie das wirklich jetzt zu werden ist. Die Amerikaner haben ja schon gesagt, ja, wir haben uns da toll geeinigt, schon Zollerleichterung auf Autos. Die Chinesen wussten da nichts davon. Aber auch mittlerweile gab es doch auch trotz der Verhaftung der Huawei-Finanzchefin, das hat ja auch hohe Wellen geschlagen gestern, ja, also ist natürlich immer noch ein Politikum. Die Chinesen haben heftig protestiert, nicht profitiert, sondern protestiert dagegen. Da geht es ja um die Iran-Sanktionen und so weiter. Trotz dieser Geschichte kommen aus beiden Lagern doch Stimmen, dass man die Zeit Anfang des Jahres nutzen will, eine wirtschaftlich, eine Handelseinigung da zu erreichen. Und Donald Trump hat ja wieder mal getwittert. Er hat gesagt, also entweder gibt es einen echten Deal oder es gibt gar keinen Deal, aber er ist guter Dinge, dass es zu einem Deal kommt. Weil die ersten Zugeständnisse, die sind ja wirklich da, es tut sich ja etwas in Sachen China. Und wie gesagt, am Ende des Tages brauchen sie doch beide einen tragfähigen Kompromiss, um eben größeren Schaden von der Weltwirtschaft abzuwenden. Weil eine Sache ist die, aktuell ist eigentlich noch alles im Lot. Die Unternehmen, die wachsen und gedeihen. Wenn die Auftragslage, die stimmt, es gab ja frische Zahlen jetzt auch vom Auftragseingang der deutschen Industrie, die sind alle top solide, da ist überhaupt gar nichts zu meckern. Aber wenn sich natürlich irgendwann eine schlechte Stimmung breit macht, wenn natürlich irgendwann die Unternehmen vorsichtiger werden, weil sie sagen, also jetzt so langsam weiß ich nicht, wo die Richtung hingeht, ich bestelle mal etwas weniger auf Lager, auf Vorrat. Ja, dann kann sich das natürlich schnell zu einer Kettenreaktion entwickeln. Aber wie gesagt, so lange, so weit sind wir noch nicht. Und jetzt müssen wir einfach schauen, wie sich die nächsten Tage entwickeln, weil es steht tatsächlich spitz auf Knopf. Und von daher müssen wir jetzt einfach die wichtigsten Marken im Auge haben. Aber es gibt auch wirklich schon Chancen, wo man nicht zweimal überlegen sollte. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Fangen wir mit dem DAX an. Ja, der hat ja gestern eigentlich unser Maximalrisiko bei 10.800 Punkte exakt angesteuert. Hat dann zum Schluss gedreht aktuell, notieren wir so bei 10.860, 10.870 Punkten. Also das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Die nächsten Marken wären dann 10.500, das wäre schon noch mal deutlich weiter unten. Also dann hätten wir wirklich Bewertungen im einstelligen KGV-Bereich bezogen auf den DAX. Die 10.000 Mark ist dann auch nicht mehr allzu weit entfernt. Das sind natürlich psychologische, theoretische Möglichkeiten, die man aktuell, wie gesagt, wenn die Maschinen verkaufen, wenn es Ausverkaufsstimmung ist, dann können wir das für ein, zwei Tage nicht ausschließen, solche Unfälle. Aber ich gehe nicht davon aus, ich hoffe nach wie vor darauf, dass sich die Märkte besinnen, die großen Investoren vielleicht auch ihre Maschinen mal umprogrammieren, weil es gibt wirklich echte Schnäppchen mittlerweile. Gehen wir weiter in die USA zum Dow Jones und hier sehen Sie eigentlich diese, das ist schon eine wahnsinnige Berg- und Talfahrt, sowas hatten wir in den letzten Jahren sehr, sehr selten, also eine mächtige Erholung erst. Dann hatten wir den Test der Tiefstände, wieder eine mächtige Erholung nach dem G20-Gipfel und das ist jetzt schon wieder alles obsolet. Die 24.000 Mark bleibt hier eminent wichtig. Nach oben hin ist eigentlich dann nicht die 25, sondern jetzt mittlerweile eher die 26.000 Mark entscheidend. Natürlich können wir jetzt auch eine Weile uns in diesem Kanal 24.000 bis 26.000 Punkte bewegen. Das müssen wir sehen, aber unter 24.000 Punkte sollte der Weltleitindex definitiv nicht abtauchen. Im S&P 500 sind die, also die wichtigsten Marken, die 2.815 und nach unten die 2.600 Punkte Marke. Auch hier gilt es einfach das im Auge zu behalten und natürlich müssen wir uns neu sortieren, sollten die 2.600 wirklich nicht halten, wovon ich aber nach wie vor nicht ausgehe. Weil wir haben eigentlich jetzt eine Zeit, die definitiv mit massiven Kapitalzuflüssen ausgestattet ist, wo die Investoren nach Anlageobjekten, nach Anlagemöglichkeiten Ausschau halten. Und mittlerweile ist der Aktienmarkt nicht mehr teuer. Die Zinsangst ist eigentlich vom Tisch, nachdem Jerome Powell hier moderate Töne fand, auch gestern nochmal eine Bestätigung, dass wir längst im neutralen Bereich jetzt angekommen sind. Also da wird sich so viel nicht mehr tun, in Europa sowieso nicht. Also von daher, die Alternativen bleiben rar gesät, vor allen Dingen, wo wir jetzt wieder auf breiter Front relativ moderate Bewertungen haben. Nasdaq 100, wie gesagt, nach oben 7.200 Punkte, das wäre dann das Kaufsignal. Nach unten müssen wir die 6.500 im Auge behalten. Aber auch hier haben wir ja wirklich inzwischen bei den großen IT-Flaggschiffen ja mittlerweile eine Alphabet, ein KGV von unter 20. Bei den Wachstumsperspektiven dieses Unternehmens, das ist definitiv günstig. Da brauche ich nicht lange überlegen, nur als ein Beispiel. Kommen wir jetzt zur Sondersituation, weil heute haben wir eine spezielle Situation und da gilt es wirklich, dieser Altersspruch, kaufen wenn die Kanonen donnern oder wenn es Brei regnet, halte den Löffel hin. Das ist heute bei Fresenius der Fall. Die Aktie, ja sowieso schon starke Beutel in den letzten Wochen, kam nach der Telefonkonferenz gestern nochmal kräftig unter Druck. Also Fresenius-Chef Stefan Sturm sprach eben davon, also dass die Lage ein bisschen schwieriger ist und dass man 2019 eher ein Jahr der Stagnation haben wird. Man wird den Gewinn nur halten können, den Umsatz moderat steigen können. Also man hat die Mittelfristziele korrigiert, aber trotzdem, man ist profitabel. Also aktueller Stand KGV 11, man will sogar die Dividende erhöhen. Also bei so einem Konzern, der nie unbedingt mit Dividendenrendite geglänzt hat, liegen wir hier mittlerweile bei über 2%. Und wenn wir uns jetzt den Chart anschauen, dann haben wir noch den Chart von gestern, als wir mit 47 Euro aus dem Handel gegangen sind. Heute haben wir diese dicke, fette, untere Unterstützung bei 40 Euro erreicht und sogar leicht unterschritten. Also das ist eine glatte Halbierung bei dieser Prognose. Also ein Unternehmen, was im Gewinn stagniert, im Wachstum vielleicht zuwächst, was jetzt investiert, auch was die Töchter angeht, in weiteres Wachstum, im Gesundheitsmarkt. Also das ist definitiv eine Chance, die man wirklich auch heute ergreifen kann. Definitiv, spätestens Anfang nächster Woche sollte man sich hier mal vielleicht die ersten Positionen ins Depot legen. Und sollte es, wie wir erwarten, auch noch Richtung 35, 33, dann verdoppeln und dann Augen zu und durch. Eine weitere Aktie, die ich ja schon mal hier skizziert habe, die gibt es eben mittlerweile definitiv zum halben Preis, nämlich Continental. Wir sind jetzt im Bereich 125 Euro. Da geht es ja um die Autozulieferer, die sind ja immer in diesem ganzen Zolldrama immer wieder dabei. Aber dabei, klar, Conti hat ja kürzlich, ich habe darüber berichtet, auch einen Auftrag aus der Elektromobilität erhalten. Also man stellt sich um und wir brauchen natürlich auch in den nächsten Fahrzeuggenerationen, egal was da unter der Haube ist, wir brauchen Reifen. Wir brauchen Bordelektronik. Ja, und da ist Continental einfach weltweit führend und die Bewertung mittlerweile einfach auch extrem günstig. Und wie gesagt, so eine Aktie zum halben Preis, das sind die Situationen, die diese Korrektur jetzt einfach mit sich bereithält. Und ich kann mich da nur wiederholen, es gibt ja auch manche Kritiker, die sagen immer die Durchhalteparolen und immer wieder das. Natürlich, aber darum geht es. Und ich möchte daran erinnern, dass wir diese Durchhalteparolen, diese Chancen, das zu ergreifen, das haben wir eben auch in 2008 gemacht. 2009, als die Anleger massiv frustriert waren. Als sie gesagt haben, ich will mit Börse nichts mehr wissen. Da bin ich immer wieder um die Ecke gekommen, wie ein Prediger in der Wüste. Da habe ich gesagt, Leute, ergreif diese Chance. Und damals war das die letzte Gelegenheit, sogar Aktien zu kaufen, bevor es zur Kapitalertragssteuer kommt. Also die, die damals zugegriffen haben, die meinen Parolen, meinen Gebeten gefolgt sind, die sitzen heute immer noch auf extrem hohen steuerfreiem Gewinn. Und nicht anders war es in 2002, 2003. Also bitte ertragen Sie mich auch in den nächsten Wochen noch als Prediger in dieser Wüste. Und je mehr Leute negativ sind, je mehr Leute Ihnen sagen, die Welt geht um, das wird alles schlecht, je mehr gehe hier auf die Kanzel und mache einen Optimismus. Denn eins sollten Sie sich überlegen, auch ich habe Aktien, auch ich bin momentan buchmäßig in vielen Werten hinten. Aber das macht mir überhaupt gar nichts aus. Und das sollte es Ihnen auch nicht tun. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Montag fällt übrigens die Börsenwoche aus. Das muss ich gleich mal kundtun. Weil ich bin mit Mick Knauf in Israel unterwegs, nicht auf Gebetstour, sondern wir besuchen unseren Partner eToro. Wollen uns da mal ein bisschen austauschen, was wir da zusammen machen können. Aber natürlich, wenn wir zurück sind, dann gibt es hier wieder News. Hier direkt aus dem Studio für Sie, Ihr Jürgen Schmidt.